Hallo zusammen, ich melde mich mit ein paar Infos zu den aktuellen Problemen auf der Binance Smart Chain. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt oder ob ihr das schon mitbekommen habt. Es dauert manchmal sehr, sehr lange, bis die Transaktionen, die man abschickt, abgearbeitet sind. Manchmal schlagen die Transaktionen sogar komplett fehl. Super ärgerlich, total nervig, vor allem, wenn man die hart verdienten Rewards beim Yield Farmen abholen möchte. Viele Fehlversuche, manchmal klappt es gar nicht und man hat das Gefühl, die Binance Smart Chain ist wirklich komplett am Limit. Und in diesem Video möchte ich dir kurz erklären, was muss man tun, damit man mit diesen Problemen umgehen kann, damit man eine Chance hat, auf der Binance Smart Chain überhaupt vernünftig weiterzuarbeiten und natürlich erkläre ich auch ganz genau, was da eigentlich los ist. Schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr wollt eure Rewards abholen, zum Beispiel hier bei Beld Finance. Und dann schicke ich die Transaktion ab. Und dann dauert das und dauert und dauert und dauert und dauert. Und früher war eine solche Transaktion innerhalb von 10, 15 Sekunden durch. Und hier zieht sich das und zieht sich das und es dauert immer länger und länger. Und das Problem, was man jetzt auch bei Ethereum immer machen konnte, war, man guckt hier unter Activity nach, schaut mal auf der Blockchain, also auf dem Blockchain Explorer nach, was ist eigentlich mit meiner Transaktion los. Und die Transaktion ist noch nicht mal auf der Blockchain drauf. Also, wenn man die sucht, existiert die gar nicht. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil man weiß hier überhaupt nicht, kommt die jetzt noch oder ist die weg, wird die noch berücksichtigt, muss ich das Ganze nochmal machen. Und was ist eigentlich mit dem Gas, das ich ausgegeben habe, um diese Transaktion abzuschicken, ist das Gas weg. Das sind alles so Sachen, die man sich hier fragen kann. Und ehrlich gesagt, wir sind ja auf der Binance Smart Chain, weil wir diese Sachen gar nicht erleben wollen. Es war ja auch ursprünglich die Werbung von Binance immer mit dem Tenor, habt ihr, wollt ihr wirklich ewig auf eure Transaktionen warten und hunderte Dollar Transaktionsgebühr bezahlen? Und nee, kommt ihr auf die Binance Smart Chain? Ich erinnere mich noch, ich glaube, ich finde den auch relativ schnell, einen Tweet von ZZ. Ja, hier ist er auch schon. Have you used Binance Smart Chain? Das ist vom 7.2.21. Have you used Binance Smart Chain? Yes, nice, no, have fun, paying high fees. Okay, ist das jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange für die Binance Smart Chain? Wir schauen uns das mal genauer an. Meine Transaktion ist übrigens immer noch nicht durch. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Dann schauen wir doch mal hier auf die Statistiken der Binance Smart Chain. Die findet ihr unter der Binance, also auf dem bscscan.com. Hier gibt es unter Resources, Charts and Stats. Und hier sind die Statistiken. Und mal schauen, woran das jetzt liegt. Und jetzt schauen wir mal, liegt es wirklich am Gaspreis? Ja oder nein? Wir schauen uns mal den Average Gas Price Chart an. Also man bekommt hier, wenn man sich das anschaut, schon mal so einen gewissen Hinweis darauf, finde ich, nicht, woran das liegen könnte. Man sieht zum Beispiel hier, Unique Addresses Chart steigt quasi, ja nicht exponentiell an, aber warum nicht? Also hier deutet sich ja schon so eine exponentielle Kurve an. Hier geht es mal exponentiell hoch. Also das ist schon recht viel. Man sieht hier auch, dass hier die Daily Transactions lange Zeit sehr flach waren und dann auf einmal so explodiert sind. Das kann man sich auch noch gleich noch in Ruhe angucken, wenn das nötig ist. Average Gas Price. Liegt es wirklich am Gaspreis? Und dieser Chart deutet so ein bisschen darauf hin, hier der Gaspreis ist immer gleich, mehr oder weniger. Also das ist mal höher, mal niedriger. Und die Gaspreise, also Minimum Gas Price 20 Gwei im Oktober, im Dezember und so weiter. Also das deutet jetzt nicht wirklich darauf hin, wie man hier sieht. Minimum Gas Price ist zur Zeit 5 Gwei. Also was genau Gas ist und so weiter, das muss man in einem anderen Video mal erklären. Das ist grob gesagt einfach, was eine Transaktion kostet. Das ist ungefähr so wie beim Auto. Also mal, deshalb heißt es auch Gas, das ist wie Spritpreise. Die Preise für den Sprit, also für das Gas in den Transaktionen, die steigen, wenn Transaktionen besonders teuer sind und wenn Transaktionen günstig sind, dann sind die Gaspreises eben niedrig. Und hier sieht man also, der minimale Gaspreis liegt bei 20 Gwei in der Vergangenheit, hier teilweise auf 1 Gwei und so weiter und so weiter. Und hier unten geht es dann auf 5 Gwei, sodass also wir nicht wirklich davon sprechen können, dass jetzt der Gaspreis in der Vergangenheit viel niedriger war als jetzt. Der Gaspreis ist tatsächlich irgendwo auf einem ganz akzeptablen Niveau. Aber was man sieht ist, dass das Gas, das tatsächlich täglich gebraucht wurde, dass das gestiegen ist und zwar extrem gestiegen ist, vor allem seit Mitte April ungefähr. Und hier sieht man also, wie viel Gas pro Tag verbraucht wird. Das sind dann hier also, ich will jetzt nicht lügen, aber wenn ich diese Zahl richtig interpretiere, sind das 1,156,556, also nicht 1 Komma, sondern 1.156.556 Millionen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das nur ein Fehler ist, keine Ahnung. Also es ist jedenfalls eine recht große Zahl. Also das heißt, das Gas, das wirklich ausgegeben wurde, ist extrem gestiegen. Der Gaspreis ist dagegen sogar etwas runtergegangen. Wenn man jetzt das ein bisschen vergleicht mit der Network Utilization, das ist auch ein Chart, der sagt im Prinzip, wie viel Gas durchschnittlich genutzt wurde von dem Gas Limit, also wie viel Prozent von der Obergrenze des Gas, das in einem Block genutzt werden kann, wie viel Prozent davon genutzt wurden tatsächlich, dann sieht man, bekommt man einen guten Hinweis dafür, was hier eigentlich los ist. Nämlich in den ganzen Monaten bis ungefähr Anfang des Jahres, wo die Beine Smart Chain dann so beliebt wurde, war das Gas, das also genutzt wurde, der Prozentsatz des Gas Limits, das ausgenutzt wurde bei 2, 3, 4, 5 Prozent und so weiter. Und auf einmal steigt das Ganze hier dann eben auf bis zu 80 Prozent, dann bis zu 70 Prozent und so weiter. Also das heißt, die Blöcke, man kann es mal ganz einfach formulieren, die Blöcke sind mehr oder weniger voll. Es sind 70 Prozent des Blocks sind voll. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass ein Block niemals wirklich 100 Prozent voll werden kann, weil wenn das passieren würde, dann hätten wir noch ganz andere Probleme auf der Beinen Smart Chain, und zwar ungefähr die, die wir haben bei Ethereum. Weil bei Ethereum sind die Blöcke chronisch überbucht. Das heißt, es gibt mehr Transaktionen, die Gaskosten als in diese Blöcke reinpassen. Und das ist das, was bei Ethereum zurzeit der Fall ist. Und das ist also extrem. Es wirkt sich extrem auf den Gaspreis aus und es wirkt sich extrem auf das Tempo des Netzwerkes aus. Und bei der Beine Smart Chain sind wir jetzt maximal bei, hier waren es irgendwo 80 Prozent oder 81 Prozent und hier sind es 71 Prozent. Also ganz klar, die Blöcke werden voller. Und das bedeutet, da das ja hier auch ein Durchschnitt ist, kann man davon ausgehen, dass der ein oder andere Block durchaus an die 100 Prozent Grenze stößt. Und wenn das passiert, wenn die Blöcke also so gut wie voll sind, dann geht die Gasauktion los. Das bedeutet also dann, dass die Leute, die mehr Gas bezahlen, dass die eher berücksichtigt werden mit ihren Transaktionen. Und eine Sache, die wir also bisher auf der Beinen Smart Chain nie richtig beachten mussten, ist tatsächlich der Gaspreis, den wir in einer Auktion bezahlen. Und hier der Gaspreis in meiner, nicht Auktion, sondern in meiner Transaktion. Dieser Gaspreis, den ich hier bezahlt habe, der liegt bei 5 Gray. Das ist der minimale Gaspreis, der also hier in dem anderen Chart auch für heute angezeigt wurde. Nämlich, wo haben wir es hier? Ich suche mal gerade Average Gas Price. In dem Chart sieht man das. Hier minimaler Gaspreis 5 Gray. Also das heißt, wenn ich mir vorstelle, die Leute stehen Schlange mit ihren Transaktionen, um in diese Blöcke reinzukommen, damit die Transaktionen abgearbeitet werden. Wenn ich mir also vorstelle, ich stehe in dieser Schlange dann oder ich bin hier in einer Auktion, dann habe ich gerade das niedrigste Gebot von allen abgegeben. Nämlich 5 Gray. Und da gibt es natürlich noch eine ganze andere Menge Leute, die ebenfalls so wenig bieten. Und jetzt sieht man hier auch der Durchschnittsgaspreis. Average Gaspreis, das ist das blaue da oben, da kann ich jetzt mit dem Zeiger nicht hin, weil wenn ich da hingehe, dann verschwindet dieses Pop-up hier. Also das blaue Average Gaspreis, das liegt bei 9 Gray. Also habe ich quasi fast die Hälfte nur von dem Durchschnitt bezahlt. Und das bedeutet oder geboten. Und das heißt natürlich, dass die allermeisten Leute mehr geboten haben als ich. Und deshalb wird meine Transaktion hier auch nicht abgearbeitet. Ich versuche die jetzt mal zu beschleunigen und in der Regel, also in der Regel funktioniert das nicht wirklich, sondern dann wird die Transaktion nur abgebrochen. Das hilft mir aber, dass ich dann nochmal neu anfangen kann. Also wenn ich jetzt hier langsam Durchschnitt schnell, das kann ich vergessen, das brauche ich nicht zu benutzen. Ich gehe auf erweitert. Steht dann auch Gaspreis extrem niedrig. Dann gebe ich hier also jetzt mal, weil es ist 9 der Durchschnitt, dann mache ich doch mal 10. Und haue die Transaktion mal mit 10 Gas raus. Mal gucken, ob ich das damit wesentlich beschleunigt kriege. Ich glaube es eher nicht, weil wir noch sehr nah am Durchschnitt sind. Lassen wir es mal eine Weile laufen. Ja, klappt immer noch nicht. Also noch nicht richtig gut. Ich gucke mal, ob die inzwischen auf der Blockchain irgendwo zu sehen ist, die Transaktion. Nö, auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal beschleunigen kann. Ich mache das mal. Ich bitte jetzt mal einfach 50 Gray. Nur so zum Spaß. Mal gucken, was jetzt passiert. Und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, weil ich weiß nicht, wie MetaMask damit umgeht. Und tatsächlich, es hat geklappt. Ich habe 50 Gray geboten als Gas und damit kostet mich jetzt diese Transaktion hier 87 Cent. Also das ist natürlich dadurch, dass ich so viel Gas geboten habe, erheblich mehr als normalerweise. Denn man muss klar sagen, ich habe jetzt 10 Mal mehr Gas geboten als früher immer. Früher habe ich immer 5 Quay geboten. Und da hatte ich dann also quasi 8,7 Cent und nicht 87 Cent. Ja, also. Erster Punkt. Was kann ich machen, wenn ich also meine Transaktionen jetzt wirklich durchkriegen möchte? Folgende Schritte. Das erste ist, zum Beispiel auf dbank.com schaue ich nach, wie der aktuelle Gaspreis ist. Das sieht man also hier bei einem Smart Chain, BSC, Gas Price Forecast, Fast 12, Standard 11, Slow 10. Also mit meinen 10 kein Wunder, dass es lange gedauert hat. Dauert dann also nach diesem Chart hier bis zu 3 Minuten. So, ihr müsst euch aber vorstellen, ihr seid jetzt in einer Auktion. Und diese Auktion, die bedeutet, dass hier alle eigentlich, also wir haben eigentlich alle dieselben Informationen. Und wenn wir uns jetzt auf die Information verlassen, die hier steht und die ganzen anderen auch, dann werden alle jetzt irgendwie 12 bieten. Und dadurch wird natürlich der Gaspreis immer mehr steigen. Und wir sind in Wahrheit, obwohl wir hier Fast bieten, quasi im Mittelfeld. Also das muss man beachten, dass man also in einer Auktion, auch wenn hier Fast steht, damit nicht automatisch der Schnellste ist, sondern dass man wahrscheinlich, da ja alle dieselbe Information haben, es werden zwar nicht alle auf dbank.com gehen, aber diese Information wird ja aus irgendeinem Algorithmus berechnet. Jede Wette dieser Algorithmus, das ist irgendeine Library, die Programmierer benutzen. Und der ist überall zugrunde gelegt, der wird in Metamask verwendet, der wird hier in D-Bank verwendet, in Zepa und wie die ganzen Sachen heißen bei BSC, Scan und so. Deshalb, wenn die alle denselben Algorithmus benutzen, dann haben wir alle dieselbe Informationen. Das heißt, alle gucken jetzt auf die 12 und denken, mit 12 sind sie am schnellsten. Und das kann in Ausnahmefällen auch klappen. Aber mein Tipp ist, wenn ihr wirklich scharf darauf seid, dass eure Transaktion flott durchgeht, bietet mehr als das, was hier steht unter Fast. Fast, nämlich so 15 oder vielleicht sogar 20 Gray. Das hängt natürlich davon ab, wie schnell ihr eure Transaktion durchhaben wollt. Es gibt ja Transaktionen, wie zum Beispiel das Harvesten, da kann man ja durchaus mal drei oder vier Minuten drauf warten. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, dann lässt man das gucken. YouTube-Video, zum Beispiel eins von meinen Tutorials. Ich blende hier schon mal kurz ein, nee, war nur Spaß. Jedenfalls, ihr könnt also dann irgendwas anderes machen, Kaffee kochen oder so und wieder kommen. Nach drei Minuten Transaktion durch, könnt ihr die nächste machen. Oder wenn ihr irgendwie keine Zeit habt, dann macht ihr das eben hier, indem ihr quasi etwas mehr bietet als der Rest. Und wie bietet man jetzt mehr als der Rest? Das macht man, indem man, wenn man eine Transaktion abschickt, irgendwie ist das hier total durcheinander. Das ist nämlich das Allerärgerlichste an diesem ganzen Gas-Drama, dass diese ganzen Tools überhaupt nicht damit klarkommen jetzt, dass irgendwie Gas eine Rolle spielt. Jedenfalls so. Also wie machen wir das? Ich gehe mal eben, ich löse nochmal eine Transaktion aus. Also ich sage mal, ich harveste nochmal hier. So und dann wird mir hier ein Gaspreis von 8 Guay angeboten. Und da weiß ich schon, das ist jetzt eigentlich gelogen. Denn eigentlich ist 12 angesagt und 12 ist eigentlich auch noch niedrig. Also tippe ich hier ein 15 oder ich mache 20 direkt. Und dann kann ich das Ganze also abschicken. Und normalerweise müsste die Transaktion dann relativ zügig durchgehen. Wobei es wirklich auch davon abhängt, wie viel los ist auf der Blockchain. Ob das, was man hier sieht, stimmt. Ob 20 wirklich schnell geht und so weiter. Muss man also ein bisschen mit experimentieren. Das ist also der eine Grund, warum hier Transaktionen unter Umständen relativ lange dauern können. Die zweite Sache, die auch eine Rolle spielt, das ist die Verbindung zum Netzwerk. Denn diese Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt über einen Server. Und den habt ihr, als ihr die Binance Smart Chain eingerichtet habt, eingetragen bzw. importiert. Den findet ihr, den Server selber, den findet ihr, also die Einstellung, welcher Server verwendet wird, findet ihr unter Einstellungen, also Metamask öffnen, hier dieses Icon anklicken von eurem Account, Einstellungen, dann sucht ihr Netzwerke. Und unter Netzwerke gibt es die Binance Smart Chain. Und das hier ist der Server, der heißt neue RPC URL, also die RPC URL. Hier soll ich eine neue RPC URL eintragen. Das hier ist der Standard Server von der Binance Smart Chain, den man also eigentlich am Anfang immer bekommen hat, der auch auf der offiziellen Webseite steht. Und das ist wahrscheinlich, ist da technisch gesehen nicht ein Server hinter, aber das ist ein System. Und das ist teilweise auch überlastet. Das merkt man daran hauptsächlich, dass also zum Beispiel die Token Balances, die hier zu sehen sind, häufig gar nicht stimmen. Also, dass da irgendwas veraltet ist. Manchmal kommt auch so ein gelbes Symbol, das darauf hinweist. Manchmal aber auch nicht. Dann steht hier einfach irgendwie bei irgendeinem Token 0 und in Wirklichkeit habt ihr aber schon einen Swap gemacht und so weiter. Und um das Ganze zu reparieren oder wenigstens eine Chance zu kriegen, dass das irgendwie funktioniert, könnt ihr die offiziellen RPC Endpoints, so heißt das, suchen. Das macht man also zum Beispiel, wenn ihr googelt, BSC für Binance Smart Chain und dann RPC Endpoints. Und dann kommt ihr auf einen Artikel bei docs.binance.org unter Developer. So sieht das Ganze aus. Das sind die sogenannten JSON-RPC Endpoints. Wie auch immer, was auch immer das heißt, kann man auch alles irgendwie erklären, muss man aber nicht. Und hier sind also ganz viele alternative Server eingetragen, die man auch eintragen kann, also die man auch verwenden kann in Metamask anstelle des Original-Servers. Denn wenn alle, ist ja total logisch, also wenn alle User auf diesem Server hier sind, dann haben die anderen entsprechend nichts zu tun. Das ist irgendwie total sinnlos. Der eine ist überlastet, die anderen langweilen sich. Und da wäre es also sinnvoll, einen anderen Server zu nehmen. Jetzt gibt es hier drei Empfehlungen und da jetzt irgendwie alle Leute den Empfehlungen folgen oder die meisten, kann man eigentlich auch ganz gut mal welche von den Backups hier ausprobieren. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen die BC-RPC Endpoints nehmt. Die sind etwas weiter unten auf der Seite hier bei einem Smart Chain RPC Endpoints. Das sind die richtigen, die falschen sind die BC-RPC Endpoints. Es gibt eine zweite Blockchain von Binance, das ist die Binance Chain. Die heißt, das ist eine ältere Blockchain, die kann keine Smart Contracts. Die ist also von, ich glaube, Anfang 2020 oder so. Und die ist auch bekannt als die Binance Dump Chain im Vergleich zur Binance Smart Chain. Die Endpoints hier verwendet ihr nicht. Und natürlich auch nicht die aus dem Testnetz. Das ist auch klar, Testnetz ist quasi für die Entwickler, wo neue Sachen ausprobiert werden. Auch die nicht verwenden, sondern nehmt einfach die BC-RPC Endpoints so. Und hier unten auf der Seite gibt es nochmal Third-Party Provider. Da könnt ihr einen eigenen Binance Endpoint mieten. Dann habt ihr einen eigenen Server ganz für euch alleine, mehr oder weniger. Natürlich ist das auch eine Infrastruktur, die irgendwie geteilt ist. Aber da habt ihr, also wenn ihr das müsstet, aber bezahlen. Bei Anchor gibt es welche und bei Quicknode. Getblock.io habe ich nie ausprobiert, weiß ich nicht. Die laufen tatsächlich tendenziell ein bisschen schneller als die, kosten aber Geld. Bringen aber auch überhaupt nichts, wenn es darum geht, die Transaktionen schneller in die Blockchain zu kriegen. Ja, hier meine Transaktion ist jetzt durch. Inzwischen, obwohl ich keine Meldung gekriegt habe, also wie gesagt, das ist echt ein komplettes Durcheinander zur Zeit. Und also jedenfalls, diese Bezahlserver hier unten, die ihr mieten könnt, die bringen nichts, wenn es darum geht, die Transaktionen schneller durchzukriegen. Die Transaktionen kriegt man schneller durch mit dem Gaspreis, den man einstellt. Und das hier ist nur dazu da, dass quasi die Transaktionen, dass also die Tokenbestände und so weiter schneller angezeigt werden. Und unter Umständen auch, dass die Transaktion hier über den, über BSC-Scan schneller zu sehen ist. Die ist dann aber nur zu sehen, dass die auch wirklich erfolgreich gemeint wurde. Das wird durch die Bezahlserver nicht beeinflusst. Meiner Meinung nach lohnt es sich überhaupt nicht, dafür Geld auszugeben. Zumindest in diesem Fall. So, letzter Punkt, den ich dazu noch gerne jetzt sagen möchte. Das ist mir sehr wichtig. Wir müssen uns einfach alle, wenn wir auf der Binance Smart Chain arbeiten, darüber klar sein, dass das ganze Thema eine tickende Zeitbombe ist. Denn es ist völlig unklar, erstmal, ob die Binance Smart Chain überhaupt jemals in der Lage sein wird, so weit zu skalieren, wie das Wachstum jetzt ist. Das ist das eine. Wir haben ein exponentielles Wachstum auf der Binance Smart Chain. Das heißt, das Wachstum wird mit der Zeit schneller. Also das Wachstum wird mit der Zeit schneller. Das heißt, wir haben also die Situation, dass die Infrastruktur auf der Binance Smart Chain schneller skalieren muss, als das exponentielle Wachstum, das jetzt hier stattfindet. Und wenn wir nicht eine solche Situation haben möchten, wie bei Ethereum, dann muss bei Binance sehr, sehr schnell was passieren. Und ich bin ein bisschen entsetzt darüber, dass weder auf der Binance Webseite, noch im Binance Twitter, noch sonst irgendwo, auch nicht bei den Validatoren hier, die Validatoren, das sind die Server, die quasi für das Mining auf der Binance Smart Chain sorgen, also diejenigen, die eure Transaktionen entgegennehmen, auch nicht bei denen auf das Thema der Skalierung eingegangen wird. Man findet erstaunlich wenig darüber. Es gibt immer mal wieder User, die sich auf Twitter beschweren darüber, aber es gibt nichts Offizielles, zumindest soweit ich weiß, von Binance, von CC, also dem Gründer von Binance, von den Validatoren, die man teilweise gar nicht kennt. Also da ist einfach nichts, was darauf hindeutet, dass dieses Problem wirklich echt ernst genommen wird. Kann natürlich sein, dass im Hintergrund fleißig daran gearbeitet wird und man hier einfach die Pferde nicht scheu machen möchte, aber womöglich wird hier einfach nichts passieren und dann sind wir im Sommer spätestens in der Situation, wo wir mit Ethereum jetzt sind. Das ist meine Meinung dazu. Also überlegt euch, wie viel Geld, wie viele Assets, wie viele Coins hier von euch auf diesem System noch lagern sollen oder wird es nicht vielleicht Zeit, woanders hinzuziehen, jedenfalls in den nächsten Monaten nach und nach, vor allem wenn es um Geld geht, um Beträge geht, die man irgendwie noch braucht. Und das ist also jetzt mein Wort zum Schluss. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht. Ich hoffe, dass das irgendwie Quatsch ist, was ich jetzt erzählt habe. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und dann wünsche ich also alles Gute und viel Erfolg.